Moin! Ja, gute News, Freunde! Wer meine Streams so die letzten Wochen gesehen hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass ich ein bisschen rumgeheult habe, hier ein bisschen viel zu tun, bla bla bla, Dezember, anstrengend, Postukuren, ich habe mich umentschieden, ich habe ein paar Sachen umgekrempelt, ein paar Sachen umgeplant, Bro Zemba findet auch dieses Jahr wieder statt. Für die, die neu sind und nicht wissen, was es ist, Bro Zemba, klassisches Karrieremodusprojekt, hier auf meinem Zweitkanal, jeden Tag kommt eine Folge, den ganzen Dezember. Also freut euch drauf, wird ein geiles Projekt, für die, die schon die letzten Jahre dabei sind, die wissen, was euch erwartet. Ihr könnt jetzt, wo das Video online geht, direkt in die Beschreibung gucken und für den Verein abstimmen, falls ihr euch drauf freut, lasst hier ein Like da, auf dieser kurzen, aber knappen Ankündigung. Ich habe sehr Bock auf den Bro Zemba-Freund, es wird ein geiles Projekt, Karriere, nicht wundern, Vereine sind ein bisschen stärker, sage ich jetzt mal, die, die ich zur Auswahl gestellt habe, weil es macht jetzt nicht Sinn, bei so einem Format irgendwie so einen englischen Vierteligisten oder so zu nehmen, das wird ein bisschen den Rahmen sprengen für so ein Videoprojekt. Das können wir dann im Sommer machen, wenn wir wieder streamen. Also Freunde, ich freue mich aufs Bro Zemba-Projekt, ich hoffe, ihr habt Bock drauf und supportet das, ist glaube ich ein ganz guter Übergang jetzt, da ich ja auch aktuell nicht die Möglichkeit habe, ins Stadion zu gehen den ganzen Dezember, ne, wisst ihr aus welchen Gründen. Jo, ich glaube, das wird ganz cool, es wird anstrengend, aber es wird geil und ich hoffe, ihr seid dabei. Jo.